Andrea Nahles hat diese Entscheidung vor hier am Mittag, am frühen Nachmittag verteidigt und sie hat auch Stellung genommen zu den Ergebnissen der Kohlekommission, die ja am Wochenende zu Ergebnissen gekommen ist, die nun auch erstmal in Politik umgesetzt werden müssen. Andrea Nahles. Wir werden heute beraten auch über die Ergebnisse der Kommission Strukturwandel, also Ausstieg aus der Kohle in Deutschland. Wir sind über dieses Ergebnis sehr glücklich, denn es ist aus unserer Sicht ein bahnbrechender Fortschritt, wenn es gelingt, in Deutschland auf Atomstrom einerseits und Kohlestrom andererseits auch zu verzichten und vollständig auf erneuerbare Energien möglichst umzustellen. Wir haben das Ergebnis deswegen auch begrüßt, weil es einen echten Konsens widerspiegelt, einen Kompromiss erforderlich gemacht hat von allen beteiligten Seiten. Und dass das bei so einem zentralen Thema möglich war, das freut uns auch deswegen, weil es eben die SPD war, die im Koalitionsvertrag darauf bestanden hat, dass wir ein Ausstiegsdatum für die Kohle auch definieren und dass wir zum Zweiten aus Betroffenen Beteiligte machen. Und das ist hier auch sichtbar. Da, wo wir die Betroffenen in den Regionen auch mit zu Beteiligten gemacht haben, ist trotz allen Schwierigkeiten, die eine Kompromisslösung erforderlich gemacht haben, ein gutes Ergebnis rausgekommen. Wir werden das jedenfalls aktiv unterstützen. Das muss jetzt umgesetzt werden, Schritt für Schritt. Wir werden die Bewertungen der Bundesregierung natürlich abwarten. Aber von unserer Seite aus werden wir diesen Prozess auch aktiv begleiten. Das ist etwas, worüber wir uns freuen. Der Kohleausstieg ist damit in Sicht. Aber gleichzeitig gibt es konkrete Perspektiven für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Regionen, die betroffen sind. Und das ist ein gutes Paket. Zweitens freuen wir uns darüber, dass die Bundesregierung jetzt die Ressortabstimmung eingeleitet hat und wohl auch am 6.02. dann ins Kabinett geht mit dem gefundenen Kompromiss zum Thema 219a. Der Paragraf 219a wird geändert. Das heißt, es wird in Zukunft möglich sein, dass Ärztinnen und Ärzte straffrei darüber informieren können, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen und dass auch Frauen sich informieren können. Und das sind zwei wesentliche Fortschritte gegenüber dem Ist-Zustand. Ich kann nur sagen, dass wir das jetzt machen, was wir versprochen haben. Sobald der Gesetzentwurf vorliegt, wird sich unsere Fraktion damit auseinandersetzen. Wir werden da eine Meinungsbildung machen. Aber aus meiner auch persönlichen Sicht ist das, was jetzt da auf dem Tisch liegt, eine sehr gute Grundlage für unsere parlamentarischen Beratung. Und ich freue mich, dass es möglich war, bei einem Thema, wo es wirklich sehr emotionale und auch große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Akteuren gibt, am Ende dann doch einen guten Entwurf auch auf dem Tisch zu haben. Und deswegen wird das sicherlich auch heute hier bei uns in der Fraktionssitzung ein Thema sein. Also zunächst mal halten wir weiterhin als Sozialdemokraten eine Abschaffung für richtig. Wir sind aber in einer Koalition und wir haben in dieser Koalition dazu im Koalitionsvertrag überhaupt gar keine Verabredungen getroffen gehabt. Und deswegen ist das, was wir jetzt erreichen können, ein großer Fortschritt für die Frauen. Aber vor allem, was die Rechtssicherheit der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland angeht. Und deswegen ist meine Sicht auf die Dinge, das ist ein guter Weg, ein guter Kompromiss. Und es wird sicherlich einige geben, die auch weiterhin eine komplette Abschaffung fordern. Das ist aus meiner Sicht völlig okay. Aber wir machen hier Politik, die auch konkret Verbesserungen bringt. Und das ist an dieser Stelle ganz klar der Fall. Ich glaube deswegen, dass die Möglichkeit dafür eine breite Mehrheit auch zu finden in der SPD sehr gut ist. Also ich glaube, dass für alle Ärzte für die Zukunft, die informieren wollen, vermieden werden kann, das, was Frau Hähnle leider passiert ist. Sie hat eine Information im Internet dargestellt. Sie ist dafür verurteilt worden. In Zukunft wird durch diese Änderung 219a den Ärzten ein straffreier Weg ermöglicht, zu informieren. Aber Information heißt eben auch, es gibt eine Definition, was ist Information, was ist mehr als Information. Und deswegen decken wir tatsächlich nicht alles ab, was Frau Hähnle auf ihrer Seite hat, machen aber trotzdem einen Weg für die Zukunft der Ärzte auf, wie sie straffreier informieren können. Im Übrigen, dadurch, dass wir definiert haben, dass sich die Frauen auch auf den Seiten der Bundesärztekammer informieren können, wenn ich das richtig verstehe, können wir dort sehr viele Informationen bekommen. Frauen können auch zum Beispiel die Informationen bekommen, welche Methode der Arzt jeweils anwendet. Und das zum Beispiel dürfte eine sehr wichtige Ergänzung sein. Und insoweit ist es wirklich im klaren Sinne Information, ja, aber die Abgrenzung dann eben zur Werbung auf der anderen Seite auch da. Und das ist eben genau der Kern des Kompromisses. Ich habe, wie gesagt, den Eindruck, dass man damit mehr Rechtssicherheit schafft. Wie gesagt, vielleicht nicht jeden Einzelfall, in dem Falle auch von Frau Hähnle, den nicht abdeckt, aber für die Zukunft damit für viele Ärzte eine rechtssichere Grundlage geschafft hat und für viele Frauen auch die Möglichkeit gegeben hat, sich zu informieren, wer führt Schwangerschaftsabbrüche durch. Und b, auch die Methode lässt sich so ermitteln.